Ich habe für dich eine Bewegungskoreografie entwickelt aus der Eurythmie, in der du ganz zu dir kommst, in der du die Fülle des Lebens verwirklichen kannst, deine Träume hier auf der Erde leben kannst und ich lade dich ein, hier mit mir mitzumachen, Eurythmie und Meditation, um ganz, ganz, ganz schön im Frieden bei dir anzukommen.